So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich, wo ist es? Plünder, ein Artefakt von Steel T. Stronghold und Coral Castle. Also Artefakte sind halt wie bei den Ägyptern, halt so ein kleiner Pharao, halt immer so kleine Sachen. Bei den Römern zum Beispiel so ein alter Kelch oder so und so Sachen sollen wir halt finden. Und das müssen wir halt jetzt in Stronghold finden und in Coral Castle. Ich selbst weiß selber noch nicht genau, wo. Ich habe jetzt gerade eben mal schnell gegoogelt, habe aber auf jeden Fall schon mal einen Ort gefunden. Jetzt habe ich nicht, dass der Held hier so schlau ist und fliegt mir nach. Soll nämlich hier irgendwo sein. Wird ja wahrscheinlich hier irgendwo rumliegen, oder? Weil dann versuchen wir nämlich direkt aus den beiden das zu finden. Sie gibt uns das schon mal nicht. Ach, hier sind wir schon. Als hätte ich es gewusst. Und ich wusste es wirklich nicht. Ich habe nur kurz auf der Map geguckt. So, das aus Stronghold haben wir jetzt schon. Ich bin ja eigentlich entspannt rüber zu Coral Castle. Ziemlich nice, dass das genau in Gruppenkeile nebeneinander ist. So viel Glück werdet ihr wahrscheinlich nicht direkt haben, aber wenn ihr das in einer Runde machen wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne probieren. Ich denke mal, es sollte eigentlich auch zu schaffen sein. So, jetzt gehe ich nämlich direkt rüber, bevor die Zone nämlich wieder da ist. Man denkt immer in Gruppenkeile, man hat zu viel Zeit, aber in Anführungszeichen ist die Zone direkt schon am Anfang. Die kommt schon. So, jetzt gehen wir nämlich noch mal hier runter, weil da werden wir auch Gegner haben, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht schon verguckt habe. Ja, ja, die ersten sind schon auf Sterben. Jetzt muss ich nur gucken, genau wo ich hier hin muss. Ich kann es euch nämlich selber noch nicht sagen. Aber ich glaube, wenn ich mich nicht irre, war sogar hier was. Aber die sind ja ziemlich deutlich zu sehen, sind halt immer nur gut versteckt intern. Ah, ich höre doch hier schon was, oder? Was ist hier drunter? Ah, tatsächlich. Und ich schwöre jetzt, ich habe nicht einmal geguckt. Ich habe mir nur, bei Stronghold bin ich ehrlich, da habe ich es mir markiert, aber da wusste ich auch nicht. Ich habe mal geschaut, nur mit Map-Markierung. So, ihr habt es gesehen. Also, einmal hier links. Zack. Und einmal da, wo ich jetzt gerade bin. Hier in der kleinen Hütte und runter, also hier in dem Durchgang. Aber ich zeige es nochmal. Hier unten im Wasser, da habe ich meinen jetzt gefunden. Und so easy könnt ihr euch wieder, wie viel XP waren es? 24.000 XP holen. Und damit ist die Aufgabe erledigt. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln. Und haut rein.